Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play zu Zelda Scrolls Online. Wie ihr seht, ich habe mir schon einen Charakter erstellt und zwar Black Piccolina. Ich werde jetzt erstmal eine andere Rasse spielen als im Release. Und zwar werde ich das Volk spielen, das Altmeri Dominion. Und in dem Release werde ich auf jeden Fall mit meiner Gilde, also mit Decks auch vor allen Dingen zusammen, den Ehemärz Pakt spielen. Und damit ihr davon noch nicht so viel seht, damit das für euch dann was neues ist, haben wir uns erstmal überlegt, dass wir das Altmeri Dominion spielen, um euch auch mal eine andere Rasse zu zeigen, wie die so sich verhalten, wie das halt so abgeht und so weiter und so fort. Wie ihr seht, ich habe mich schon einen Charakter erstellt. Man kann hier ziemlich viele Sachen wählen. Man kann hier zum Beispiel Dragon Knights oder halt hier, äh, wie nennt es das? So Cercer, das ist dann halt diese Art Magier, Beschwörungsmagier oder sonst irgendwas. Nightblade ist dann eher so diese Diebesklasse. Und dann gibt es noch Templer, die sind eher fürs Heilen da. Und, äh, ja, es gibt halt wieder, äh, Dragon Knight, die sind halt diese Krieger und sowas alles. Es gibt halt verschiedene Unterkategorien von den Klassen und man sollte schon von Anfang an so ein bisschen wissen, was man machen will. Ich habe zum Beispiel jetzt die Hochelfen genommen, weil ich euch erstmal einen Zerstörungsmagier zeigen möchte. Und wenn das Release dann endlich raus ist, werde ich auf jeden Fall Magier spielen und der Decks, der wird, äh, im Tank spielen. Damit wir auch nachher nicht so viele Wartezeiten haben, zum Beispiel bei Innis und so weiter. Damit wir euch immer schön zeigen können, ähm, wie das alles funktioniert und und und. Ähm, was wir noch geplant haben, sind auf jeden Fall Tutorials gegen, für Bosskämpfe und und und. Jetzt muss ich erstmal wieder umstellen hier. Nicht, dass ich jetzt gleich aus Versehen den Krieger anfange. So, ich starte schon mal das Spiel. Hier kann man auch, was hier noch zeigen kann, man kann alles mögliche einstellen. Die Mundgröße, die Ohren, allem möglichen Zeugs, Augenfarbe, bis hin zur Stirnform, Höhe, Alter. Man kann sogar das Alter bestimmen, markante Merkmale. Das sind dann halt so Namen oder andere Accessoires, die dann im Gesicht auftauchen, bis hin zu Tattoos. Die Stimmen kann man wählen. Hier kann man dann auswählen, wie die dann aussehen sollen. Eher kantig, sanft oder heroisch. Ähm, ja, ich werde jetzt erstmal hier starten. Damit wir schon mal ins Spiel reinkommen. So, ähm, wir haben auf jeden Fall viel geplant. Wir wollen halt auch Tutorials rausbringen zu den Bosskämpfen. Wir wollen, äh, Klassenguides, äh, erstellen, reinsetzen. Das wird also ein richtiges Großprojekt von uns. Deswegen würde es sich auf jeden Fall lohnen, wenn ihr uns weiterhin verfolgt, was das angeht. So, und da sind wir auch schon in der Welt von Elder Scrolls Online. Wie man halt sehen kann, man kann von außen, äh, auf seinen Charakter gucken, oder halt in der Echtperspektive. Ich finde die Echtperspektive natürlich schon ziemlich cool, weil man kann hier dann schön rumlaufen und... So, da taucht schon der Prophet auf. Ich werde natürlich nicht alles vorlesen. Das Gute hier ist natürlich, äh, dass sehr, sehr viel Sprachausgabe existiert. Und jetzt sprechen wir einfach mal den Propheten an. So, ganz langsam. Ihr habt eine echte Tortur hinter euch. Nehmt euch einen Augenblick Zeit, um euch zu sammeln. So, was geschieht hier? Ja, ich kenne das alles hier schon. Ich werde das mal ein bisschen langsamer machen, damit ihr euch das durchlesen könnt. Und, äh, da könnt ihr euch ja selber entscheiden, ob ihr das dann lesen wollt oder nicht. Dann könnt ihr einfach auf Start, äh, Pause drücken. So, jetzt sollen wir natürlich die Zelle verlassen. Das werde ich natürlich jetzt tun. So, jetzt werden wir hier befreit. Ich werde auch ein bisschen so auf Skillsystem eingehen. Ich werde auch nur die erste Folge alleine spielen. Danach werde ich wieder mit Decks zusammenspielen. Das haben wir uns halt vorgenommen. Und wir werden versuchen, euch bis zum Release alle, also montags, mittwochs und freitags wird auf jeden Fall eine neue Folge von uns rauskommen. Äh, ich weiß, wir haben uns, was das angeht, viel vorgenommen. Aber das ist halt, äh, das wollen wir euch halt schon bieten. Und beim Release geht's dann halt richtig los. Da wird da halt dauerhaft auch, äh, was erscheinen von uns. So, jetzt müssen wir hier mit den ganzen Leuten ein bisschen flüchten. Ich laufe mal ein bisschen schneller. So, jetzt sind wir hier. Das sind übrigens alles richtige Spieler. Das sind nicht irgendwelche... NPCs oder so. Jetzt muss man sich hier eine Waffe wählen. So, ähm... So, Froststab. Was haben wir hier? Streitkolben. Hier muss man sich halt schon relativ früh entscheiden, was man nehmen will. Wie die Herstellungsstab. Das wäre zum Beispiel für einen Heiler. Äh, zweihändiger Streitkolben. Äh, Schwert und Schild. Das wäre was für einen Tankbogen. Was für einen Jäger. Hier haben wir die Zwillingsäxte. Bogen. So, für mich wäre halt dieser Froststab. Den nehmen wir jetzt auch direkt mal. So, eher alles nehmen. Ja, möchten wir gerne. Jetzt können wir mit ihm das Inventar aufrufen. Und da wählen wir natürlich direkt den Stab. Und drücken auf Ausrüsten. So. Abgeschlossen. Alles klar. Jetzt können wir natürlich hier mit dem Stab schon mal schießen. Wenn man lange gedrückt hält, kann man Zauber ausführen. Mit der rechten Maustaste kann man auch blocken. Das heißt, wenn uns Zauber entgegengeschmissen werden oder sonst irgendwas, können wir da auch viel mit machen. So, was will der von uns? Bleibt jetzt nicht stehen. Geht weiter. Es sind noch mehr Wachen auf dem Weg. Alles klar. Was macht ihr draußen? Ja, ich, wie gesagt, ich klicke mich jetzt hier durch. Weil wenn ich das jetzt alles hier noch durchlesen müsste, dann würde die Folge ziemlich lang werden. Und ich will natürlich auch mit dem Dex zusammen halt spielen. Außerdem soll die erste Folge erstmal nicht so lang sein. Also ich würde euch erstmal einen kleinen Vorgeschmack geben. So, da kommt auch schon unser erster Gegner. So, den können wir dann auch plündern. Er hat ein Gold. Ist natürlich jetzt nicht viel, aber ein Kleinvieh macht halt auch Mist. Wir kennen das ja schon. So, weiter geht's. Und ich denke mal, dass, sag ich mal, die Leute jetzt am Anfang beim Release auch eine Sprachausgabe haben können. Weil eigentlich ist hier fast alles mit Sprachausgabe. Deswegen wundert es mich, warum es am Anfang noch mit Lesen beschäftigt ist. Dass man es selber lesen muss. So, wir tauchen jetzt noch ein bisschen um den rum. Ich war natürlich schon bei einigen Betas jetzt dabei. Jetzt haben wir einen Levelausstieg gehabt. So, dann zeige ich euch das mal eben. Nee. Ich rufe dann einfach mal das Inventar auf. Ihr könnt das ja auch einzeln machen. Hier haben wir jetzt den Charakter. Hier kann man sich jetzt drauf spezialisieren, was man denn haben will. Einmal hier auf Medica. Das ist halt das für die Zauber. Medica. Das Leben erhöht natürlich die Lebens, die HP. Hier haben wir natürlich dann auch noch die Ausdauer. Die dann halt wahrscheinlich für Jäger oder für andere halt von Belang ist. Für mich ist natürlich jetzt nur die Zauberstärke wichtig. Da packen wir jetzt einen Punkt drauf. Und jetzt haben wir die maximale Medica um 10 Punkte erhöht. Ist für uns sehr wichtig. Wichtig ist, hier unten muss man jetzt auf E drücken, damit er den Punkt auch übernimmt. So, jetzt geht es weiter. Jetzt haben wir hier die Fertigkeitspunkte. Das heißt, wir können nochmal die Sache spezialisieren. Das heißt, hier die Klasse Dark Magic haben wir jetzt hier zum Beispiel. Da können wir jetzt natürlich auch noch wählen. Hier werden natürlich noch viele Fertigkeiten freigeschaltet. Plus, wenn man die Fertigkeiten benutzt, erweitern die sich weiter und man kann sie nachher noch spezialisieren. So, jetzt gucke ich mir mal hier an. Das ist jetzt Kristallscherbe. Verursacht 38 Magieschaden und schlägt den Feind zwei Sekunden lang nieder. Das ist natürlich für den Anfang schon nicht schlecht. Allerdings kann man hier jetzt auch seine Waffen spezialisieren. Jetzt hat man hier natürlich den Zerstörungsstab. Da hat man natürlich auch noch verschiedene Sachen. Ihr verursacht 14 Magieschaden, Feuerberührung stößt euer Ziel zurück, Frostberührung lässt es einfrieren und Blitzberührung verwirrt ist. Das ist quasi noch ein extra Effekt, der euer Stab halt ausübt. Könnte man am Anfang natürlich gut wählen. Aber ich gucke gleich mal noch was anderes. Bei Rüstung kann man natürlich jetzt auch wählen. Leichte, mittel- und schwere Rüstung. Ich denke mal als Magier hat man eher leichte Rüstung an. Dann gibt es noch für die Völker selber Spezialisierungen. Hier zum Beispiel Zerstörungsgeschick. Erhöht die Erfahrungsgewinn im Umgang mit Zerstörungsstäben um 15%. Also da fängt das schon an, wenn das dann spezialisiert ist. Wenn man jetzt einen Stab in der Hand hält, Zerstörungsmagier, da kriegt man natürlich 15% mehr Erfahrung. Und das macht sich natürlich jetzt auch beim Level bemerkbar. Handwerke gibt es auch verschiedene Sachen. Zum Beispiel Alchemie hat man hier. Schmiedekunst, Schneiderei. Also es gibt viele, viele verschiedene Handwerkskünste. So, ich werde jetzt aber erstmal hier bei Zerstörung. Was haben wir hier nochmal? Was ist das? Instabile Begleiter. Achso, das ist halt für diese Beschwörungsmagier. Das will ich jetzt nicht machen. Ich will mich jetzt komplett auf Zerstörungsmagie spezialisieren. Deswegen kaufen wir den jetzt auch quasi mehr oder weniger. Wir haben jetzt einen Punkt bekommen. Hier oben steht auch immer wie viele. Diese Himmelsscherben, die kann man in der ganzen Welt finden. Und wenn man drei von diesen Himmelsscherben hat, kriegt man halt auch einen Fertigkeitspunkt dazu. So, jetzt haben wir hier diese Fertigkeit ausgewählt. Ihr seht, jetzt haben wir hier rechts einen Skillbalken. Der sich jetzt nachträglich noch füllen wird. Ihr seht jetzt, wenn ihr euch jetzt fragt, wie kann man das jetzt machen? Ah, C-Level-Aufstieg. Achso, ja, okay. Mit C kann man jetzt da drauf drücken. Warum ist unten jetzt keine Zauberleiste? Die taucht erst auf, wenn man sich auch im Kampf befindet. Was ich natürlich ziemlich cool finde. So. Ihr habt mehr Fleisch an den Knochen als die meisten armen Schweine hier. Und wie ich sehe, habt ihr euch auch schon bewaffnet. Gut. Hoffentlich steckt ihr noch etwas Kampfmut in euch. Ihr werdet ihn brauchen. So, wer seid ihr? Ja. 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 Ja, wie gesagt, das ist jetzt ziemlich viel zu lesen am Anfang. Da kann sich jeder, ich will euch nicht zu viel von der Story erstmal verraten. Das solltet ihr alles selber spielen. Deswegen werde ich das erstmal so ein bisschen hier wegklicken. So, lebt wohl. So, jetzt haben wir den Auftrag gekriegt. Sie verfolgt uns jetzt, glaube ich. Genau. Sie läuft uns jetzt hinterher. Und wir müssen jetzt hier aus dem Kerker halt raus. Ist halt ziemlich lustig gemacht. So, gehen wir mal hier durchs Tor. So, da steht sie wieder. Wir gehen weiter. Folgt sie uns noch? Ja, super. Aber wir gehen jetzt hier hoch. Ist auch ziemlich lustig, wie man gerade gesehen hat, wenn eine Person jetzt zum Beispiel was aus dem Inventar rausholt, halten die so Taschen in der Hand. Das ist natürlich super. Ich finde das total geil, dass man halt so eine Animation sieht. Genauso, wenn die auf Karten gucken oder sonst irgendwas, haben die halt auch eine Karte in der Hand. Finde ich ein nettes Tool. Sehr, sehr cool. Ach ja, wenn ich jetzt renne oder so, seht ihr unten rechts, dass sich meine Ausdauer halt abzieht. Mehr oder weniger verbrauche halt. Und, ja. So. Weiter geht's. Normalerweise sind auf dem Weg hier jetzt noch ein paar Skelette, aber die wurden wahrscheinlich von den anderen Spielen jetzt alle schon besiegt. Deswegen, ähm, sollte man sich nicht wundern. So, STRG zum Schleichen gedrückt halt. Wenn ich jetzt STRG drücke, äh, STRG drücke, dann schleiche ich halt. Ist es aber nicht so wichtig, weil, ähm, wir sind hier sowieso, das, was hier rumläuft, ist nicht wirklich stark. Und außerdem haben wir jetzt noch einen Verbündete an der Seite. Ich kann euch das mal zeigen. Wir greifen jetzt einfach mal hier so ein Elementar an. So. Ähm, besiegt. Man kann natürlich auch schön ausweichen. So, wir haben sogar eine Hose dabei. Können wir direkt mal gucken. Die ist direkt auf 27. Die werde ich natürlich sofort ausrüsten. Haben wir schon mal eine etwas bessere Hose an. So, wir haben jetzt erstmal hier, äh, eine Aufgabe. Oh, na, wo bist du da? Mit er kann man immer direkt alles nehmen. So, wir sollen jetzt hier hoch und den Wächter vernichten. So. Da ist noch ein Elementar. Da nehmen wir das Gold mit. Jetzt zerstören wir hier das Auge, aber ich glaube, wir müssen es berühren. Genau. So, das war schon unsere erste Tat. Ähm. Gut. Jetzt können wir wieder zurückgehen. Reicht die Zelle des Propheten. Das machen wir jetzt als nächstes. Oben rechts seht ihr mal schön, welche Quest gerade, äh, zu machen ist. Ihr könnt auch auf der Karte gucken, wo das Ziel ist. Also, ihr seid im Luft, also nicht blind rum oder so. Ihr habt dann schon eine Karte. Ähm. Ihr könnt euch natürlich schon ein bisschen mehr hier umgucken. Jetzt seht ihr auch unten, hat sich die Kampfleiste eingestellt. Jetzt kann ich hier meinen anderen Zauber halt wirken. Ist eigentlich sehr interessant. Die verbraucht halt Magiker. Der Stab verbraucht nix. Das heißt, man kann mit dem Stab halt dauerhaft angreifen und naja. So, die Zelle des Propheten. Gehen wir mal hier hoch. Jetzt habe ich keine Ausdauer. Jetzt muss ich ein bisschen langsamer laufen. So. Die Zelle des Propheten abgeschlossen. So. Sprecht mit ihr, Laris. Dann spielen wir mal mit dir. So. Verdammt. Vernichtung des Wechers müssen die Schutzzauber ausgelöst haben. Wir müssen uns einen Weg nach drinnen suchen. Hm. Vielleicht kann Kenwell uns helfen. Wer ist Kenwell? So. Ich weiß schon, wo der ist. Deswegen setzen wir unseren Weg jetzt fort. Und suchen den jetzt mal. So. Hier sind wir auch schon bei Kenwell. Das ist hier der Barber, der hier rumsitzt. Hauen wir ihn einfach mal an. Gut. Ja. Propheten. Wo ist der Eingang? Dankeschön. So. Jetzt haben wir natürlich den Weg beschrieben bekommen, wo dieser geheime Eingang ist. Das war jetzt noch einen anderen Weg gibt. Wer hat uns den verraten. Und den benutzen wir jetzt auch. Und zwar geht der durch die Abwässerkanäle. Die soll es auch anders sein. Allerdings sind die auch nicht ganz ohne. Die sind halt mit Fallen ausgelegt. Und das ganze Drumherum. So. Da sind wir auch schon. Alles klar. Und was jetzt natürlich auch gut ist, man... Hier kämpft einer gegen... Okay. Jetzt war ich ein bisschen zu langsam. Das ist hier zum Beispiel ein Beschwörer. Der hat hier... Äh... Gefährlich. Also ich laufe jetzt hier einfach durch. Was ich vielleicht euch noch ans Tipp geben kann. Hier stehen überall Uhren rum. Die solltet ihr auf jeden Fall benutzen. Weil da sind... Äh... Sachen drin, die am Anfang vielleicht sehr gut gebrauchen könnt. Hier ist... Zum Beispiel eine Truhe. Die ist jetzt zum Beispiel leer. Das ist halt, weil hier so viele Spieler halt rumlaufen. Die ist leider auch leer. Schade. Wow. Da kommt jetzt schon wieder so ein... Skelett. So. Wir gehen weiter. Na, ich warte lieber noch. So. Gehen wir mal schnell hier drüber. Hier auch mal schnell drüber. Oh, jetzt hab ich mich... Das hat mich erwischt. So, die Kiste ist leer. Ich hab mich verlaufen. Normalerweise finde ich den Weg immer sehr schnell. Äh... Gucken wir einfach mal auf der Map. Okay, wir sind hier. Ich muss jetzt hier geradeaus weiter. Das ist schon mal gut. So. Da war auch noch eine Falle. Ja, man sieht immer auf dem... Auf dem Boden im Wirkungsbereich. Wo die jetzt gerade zum Beispiel hinschießen oder sonst irgendwas machen. Deswegen sollte man da auf jeden Fall aufpassen. So. Mal gucken, ob da noch eine Truhe ist. Jawohl. Hier ist eine Truhe. Die können wir öffnen. Hier haben wir jetzt auch einen Dietrich drin. Und halt ein bisschen Kohle. Das ist nicht schlecht. Die Dietrich können wir gut gebrauchen. So. Ich laufe jetzt hier weiter. Ähm... Da vorne müssen wir jetzt... Boah. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja, das hat üblich Schaden verursacht. Und da glaube ich eine kleine Vergiftung. Weil ich habe so einen kleinen... Naja. Okay. Passiert. So. Hier ist jetzt der Ausgang. Die Truhe ist natürlich leer. Ich kletter jetzt die Treppen hoch. So. Hier oben... Sind jetzt auch verdammt viele Behälter. Die man hier öffnen kann. Normalerweise sind die zu. Also ich weiß nicht, wie das genau berechnet wird. Also ich hatte es ja zum Beispiel mal, dass sie halt zu sind. Dann hatte ich es mal, dass sie offen sind. Das ist also quasi willkürlich. Ähm... Ich denke mal, es hat so einen Zufallsgenerator oder so. Äh... Einen Dietrich habe ich. Vielleicht finde ich ja noch eine Truhe, die ich dann benutzen kann. Und dann gucken wir mal nach. So. Was wollt ihr? Jetzt müssen wir ja dabei helfen, die Tore zu öffnen. Also wie gesagt, man muss ja ein bisschen schreiben. Äh... Ein bisschen lesen und so weiter. Aber das ist nicht wirklich... Viel. Hält sich alles noch in Grenzen. So. Wir müssen jetzt hier diese Kristalle aktivieren, damit wir... ...den Propheten da drin befreien können. Wie ihr sehen könnt. In der Mitte ist der Prophet eingeschlossen. Im Kerker. So. Ja, hier sind die leider schon alle leer. Sonst hätte ich euch das mal gezeigt. Da kommt so Uhren. Die kann man halt auch öffnen. Dann schiebt man den Deckel zur Seite. Deswegen sehe ich auch, dass die schon leer sind. So. Jetzt haben wir beide aktiviert. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. So. Sie macht jetzt den Beschwörungsritual. Und dann können wir... ...schön mal zugucken, wie sie den Propheten jetzt befreit. Gibt alles. Also wie gesagt, ich freue mich schon tierisch auf das Release. So. Hier ist der Prophet. Sie hat jetzt mit ihm quasi einen Austausch gemacht. Dafür hat sie seinen Platz eingenommen. So. Ich klicke mich mal wieder hier durch. Wie gesagt, ihr könnt ja noch Pause stellen. Könnt euch das durchlesen. Falls ihr schon Interesse habt. Ja, also ich finde das nicht so lustig. Sie schreit hier rum. Wir suchen jetzt den Weg nach draußen. Der ist auf der anderen Seite. Genau gegenüber. Da gehen wir dann jetzt mal hin. Und bringen den Propheten hier raus. So. Gut. Gehen wir jetzt hier zum Ausgang. Der Anfang hier dürfte übrigens bei jeder Klasse gleich sein. Weil ich habe jetzt schon, dass jetzt normalerweise spiele ich ja das Ebenherz-Pakt. Und da ist es genau der gleiche Anfang. Danach hat jeder, jede Rasse halt einen anderen Startpunkt. Die sind quasi immer gegeneinander. So. Hier in dem Ohr. Boah. Okay. So. Jetzt kommt glaube ich auch unser erster Bossfight. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Vor allen Dingen ist es wichtig auch den Zauber auf dem Boden aufzuwirken. Weil die halt am meisten Schaden vorgesachen. Muss ich halt sehr viel bewegen bei dem Spiel. Ist halt wichtig. Nur wir haben jetzt einen Heiler dabei. Das ist natürlich jetzt schon ziemlich gut für uns. So. Ja. Diese Sachen auf dem Boden sollte man auf jeden Fall ausreichen. Da muss man drauf aufpassen. Weil die zerreißen einen schon ein bisschen vom Leben her. So. Bosses besiegt. So. Heavy Armor verbessert. Kristallscherbe ist jetzt Rang 2. Das ist das was ich vorhin gemeint habe. Ähm. Hier. Ist jetzt auf Rang 2 angestiegen. Und haben hier noch ein bisschen mehr. So. Dadurch steigt natürlich alles mögliche auch an. Die Dark Magic steigt an. Die Fertigkeiten dafür. Und somit kann man sich halt auch quasi spezialisieren. Sollte man auch machen. Man kann auch alles durcheinander wählen. Aber es bringt einem nicht wirklich was. Deswegen sollte man schon ein bisschen von Anfang an. Was man halt machen möchte. So. Berührt die Himmelsscherbe. So. Da taucht die Himmelsscherbe auf. Hier benutzen sie direkt mal. Das sind die Dinger die ich meinte. Die gibt es überall. Jetzt könnt ihr auch direkt sehen. Bei Himmelsscherbe habe ich jetzt eins von drei. So kann man sich halt auch noch extra. Skillpunkte verschaffen. Also die sind in der ganzen Welt verstreut. Meistens auch in so Dungeons. Da sollte man halt aufpassen. Dass man da nicht dran vorbeiläuft. Das ist halt sehr wichtig. So im Großen und Ganzen sind wir jetzt schon fast vor dem Ende. Weil ich und Dex haben uns gesagt wir spielen den Anfang jeder für sich. Weil man hier halt noch nicht zusammen spielen kann. Und hier nach werden wir auf jeden Fall zusammen questen. Dex hat glaube ich einen Hunter gewählt. Den wird er dann erstmal spielen bis zum Release. Wie gesagt beim Release wird er ein Tank spielen nicht ein Heiler. Damit ihr auch mal aus verschiedenen Perspektiven sehen könnt wie das Spiel zu spielen. Wie man das Spiel spielt mehr oder weniger. So weit so gut. Er hat jetzt hier quasi den Stream. Dieses mega gigantische Tor hier oben aktiviert. Das ist so eine Art Port. Wie auch immer. So ich werde den jetzt benutzen. Liegt natürlich nach oben. Und jetzt kommen wir in die richtige Welt. Von Zelda Scrolls Online. Wie gesagt. Also mir macht das Spiel auch mega mäßig viel Spaß. Muss ich echt mal dazu sagen. Wir haben schon einen. Also ich und Dex haben schon einen Charakter. Der schon auf Level 17 ist. mit dem man auch schon durch die Dungeons rennen kann. So wir sind jetzt. In unserem Startgebiet. Hier sieht man zum Beispiel schon schön einen. Der gerade sich irgendwas notiert. Ach ne das ist hier ein NPC. Schade. Ich dachte jetzt wäre es ein Spieler gewesen. So das ist jetzt quasi das Startgebiet. Oh. Da ist der Prophet. So den werde ich jetzt aber noch nicht ansprechen. Weil wir haben gesagt wir warten darauf. Der verschwindet auch. Also der geht nur. Wenn man da auch wirklich dann in die Nähe geht. Taucht er auf. Ziemlich cool gemacht. So. Das war es jetzt erstmal von mir. Ich hoffe es hat euch gefallen. Das war die erste Folge zu Zelda Scrolls Online. Der Start unseres Langzeitprojektes. Ich hoffe ihr habt Spaß dran. Wie gesagt verfolgt uns weiter. Es kommen noch Tutorials. Und allen möglichen anderen Kram. Alles was wir euch anbieten können. Werden wir euch anbieten. Und wenn ihr vielleicht auch Interesse hat. Unserer Gilde beizutreten. Dann meldet euch bei uns. Schreibt in die Kommentare. Ihr könnt uns auch kontaktieren über YouTube. Wir würden uns freuen von euch zu hören. Wir laden euch natürlich in unsere Gilde dann halt ein. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Black Piccolo. Haut rein. Tschüss.